Mit einem kurzen Interview wollen Matthias und ich dich motivieren, dass du dich bei ihm um einen Ausbildungsplatz bewirbst. Entweder spontan, sofort oder in den nächsten Jahren. Ist das der beste Ausbildungsbetrieb in NRW? Vermutlich nicht, denn er hat ja erst vor ein paar Jahren damit angefangen. Aber schau dir mal bitte das Interview an und schreib dann in die Kommentare, was Matthias noch besser machen kann. Du erfährst im Interview, dass er Auszubildende mit Respekt behandelt und dass du ganz viel lernen kannst. Wie du Kühe futterst und über 11.000 Kilo Milch melkst. Wie du die Erfolgskennzahlen jederzeit im Blick hast und dein Grünland auf Profi-Niveau bringst. Du hast zusätzlich den Vorteil, dass viele Arbeiten automatisiert sind. Du also nicht ganz so viel schwere körperliche Arbeit erledigen musst. Und du darfst nach der Einarbeitung auch Verantwortung übernehmen. Und du setzt dich zusätzlich sogar für die Milchbranche ein. Denn der Betrieb ist im Arler Hofentdecker-Programm und es kommen immer mal wieder Kindergärten oder Schulklassen zu Besuch. Du kannst zwischendurch viel Trecker fahren und mit coolen Maschinen arbeiten. Eine Valtra 175 oder einem MB-TRAG 1000. Und das Wichtigste, beide haben GPS, sodass du zwischendurch wahrscheinlich auch mal YouTube oder Netflix gucken kannst. Und dann hilfst du natürlich mit bei der Grasernte, der Maisernte oder beim Güllefahren. Was gibt es Schöneres? Damit du Matthias persönlich kennenlernen kannst, habe ich ihn zu einem kurzen Interview eingeladen. Den Link findest du unten in den Kommentaren. Und am Ende des Interviews verrät dir Matthias, wie du zusätzlich zum Ausbildungsgehalt von Weiterbildungsangeboten im Wert von über 3.000 Euro profitierst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017